vor allem auch der name aris rise of guardians official cg trailer man trägt anscheinend powersuits und es soll aerial combat geben mehr weiß keiner und soll bald kommen okay absoluter ist von kakao games sagt mir gar nichts aber scheint aber ist krasser shadowjob einfach so machen von black desert ok wir gucken uns mal die trailer an ich bin echt gespannt mhm kakao ok sieht krass aus das sieht aus wie ein shooter ja also wenn in game die grafik so ist bin ich zufrieden ah konkurrent zu pso also eher ein mmo rpg aber das ist ja total licksagend einfach nur ein render trailer gibt es dazu auch gameplay es wird halt auch gar nichts dazu gesagt oder so ne gibt kein gameplay ok auf jeden fall sind da viele leute es wird wahrscheinlich also multiplayer mäßig sein der trailer wurde einfach geshadow dropped ja in game grafik ist das nicht ist klar what the fuck das sah mega cool aus aris rise of guardians coming soon es ist einfach kein gameplay ne 13.000 ach guck mal vor sechs monaten hä vor sechs monaten guck mal den gab es schon mal vor sechs monaten hä aus dem märz mmorpg guck mal einige szenen 13.000 aufrufe von mmoculture zu sich zum actual gameplay ja das war's kakao games aber da stand noch nicht zu ich bin gespannt kann ganz geil sein bin ich ehrlich schreibt mir gerne in die kommentare ob ihr schon was dazu wisst und dann bin ich gespannt wann das kommt vielleicht kommt es ja sogar noch dieses jahr wäre ganz geil ein